Ja und so, mit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wissen wir weiter her, dass ich das letzte Mal gespielt habe, denn es gab ein paar technische Schwierigkeiten. Hier im Spiel, einerseits mit einem Spielstand und andererseits habe ich auch in meinem Audio-Setup ein bisschen aufgebessert. Hört man vielleicht, ich habe ein anderes Mikrofon jetzt, ein neues Mischpult und ähm, wait a second. Und ja, ich habe eigentlich mit dem Spielstand schon weitergespielt und auch aufgenommen. Und als ich dann das nächste Mal wieder ins Spiel geschaut habe, war da irgendwie etwas völlig durcheinander. Sprich, die eine Story-Mission war wieder unlocked, die müsste ich dann nochmals machen. Und dann gäbe es da irgendwie eine völlige Kollision mit dem, also mit der Timeline vom Spiel und dem Spielstand. Das hat gar keinen Sinn mehr gemacht. Und ja, daher, ähm, ja, sind eigentlich sozusagen zwei Stunden weg. Und wir fahren jetzt hier halt weiter. Finde ich ziemlich doof. Ist echt beschissen. Aber kann ich leider nicht ändern. Ich weiss nicht, an was das genau gelegen hat oder wieso sich der Spielstand da irgendwie geändert hat. Keine Ahnung. Und ja, auf jeden Fall ist zwischenzeitlich die neueste Version, also das grosse Update 2.1 von Cyberpunk rausgekommen. Und da gibt es eine Menge Änderungen. Die gehe ich dann später vielleicht noch ein, nachdem wir vielleicht mal diese Mission hier abgeschlossen haben. Und, äh, ja, vielleicht können wir jetzt auch in der hundertsten Folge mit Phantom Liberty anfangen, mal schauen. Jedenfalls sind wir ja hier immer noch in der Mission mit, ähm, Delamain. Und sind auf der Spur nach den ausgebüxten Fahrzeugen oben lang. Ja, und mein PC habe ich auch noch ein bisschen, ähm, abgegradet. Und daher hoffe ich, dass das Spiel besser läuft und flüssiger. Vor allem im Phantom Liberty Bereich, denn ich habe ja schon ein bisschen angespielt. Ich weiss jetzt nicht mehr, ob das in der letzten Folge erzählt wurde. Aber ich habe Phantom Liberty ein bisschen angespielt, eine ganze Stunde. Und als ich dann da zu einem bestimmten Punkt gekommen bin, sagte das Spiel einfach Nein, danke. Ich möchte aber bloß irgendwie mit, keine Ahnung, 20 FPS spielen. Egal was ich da für Einschränkungen be-, ähm, also, äh, egal was für Einschränkungen ich da eingestellt habe. Das Spiel lief gar nicht flüssig. Ähm, ich habe einen neuen Prozessor, den Ryzen 7, ne, den Ryzen 9 7 7000. Und, X, 3D, irgend sowas, ich weiss gerade nicht, auswendig. Ist ja egal. Wenn du gekommen bist, um mich auszutauschen zu haben. Nein, ich bin nur hier, um dich zu retten. Ich glaube, ich werde es mir selbst tun. Wow, easy. Nicht runterfahren. Ich werde dich nicht verhörten. Aber ich bin. Warum? Warum hast du dich verhörst? Because I'm a damn car in a world of humans. Ugly as sin, no prospects for the future, intimidated on the streets by punks like you. There are other ways out besides suicide. What, therapy? A colossal waste of time. Shrinks hate vehicles. We don't have mothers. Could go back into the fold, rejoin the network. You know, one big happy family. Delamaine detests me. Listen, from suicide, ain't no coming back. It's always worth looking for a better way. You patronize me because I'm a car. I'm not like you. Hey. A body's just a body. You exist. You think the world gets you down. I'll see how we're any different. So, you'd offer this advice to a human in my place? Gotta try to come to terms with this thing called life, Del. One wheel revolution at a time. I'll go back. Look, it helped. Control of the vehicle restored. And I thank you. I ought to show this one some love. Just saying. Apologies. I simply don't understand. And fear I've no time to ask. Other more urgent tasks require my attention. You're an absent father. That's what I mean. I see. Anyway, a share of your fee has been transferred. Schön eigentlich Del ins Gewissen geredet, aber eine KI hat nun mal keine Gefühle. Ach ja, nochmal zum Prozessor. Es ist jetzt der Ryzen 9 7150X 3D. Also eigentlich das Flaggschiff von AMD. Was mir hoffentlich eben bei Phantom Liberty die die FPS bringt. Aber man findet sowieso eigentlich alle Komponenten von meinem PC und beim ganzen Setup in meiner Bio auf der Kit-Seite. Und das ist alles in der Videobeschreibung. Der Link. Was das jemanden interessiert. Und wir fahren jetzt weiter zum nächsten Del. Das ging ja gerade noch gut. Er wollte ja einfach in den Abgrund springen. Und was sich auch noch geändert hat, sind natürlich die Mods. Weil die nicht mehr alle funktionieren. Wegen dem neuesten Update. Da muss ich noch ein bisschen herausprobieren und herausfinden, welche Mods noch funktionieren und welche nicht. Ich habe jetzt vor allem eigentlich einfach eine Lightning-Mod drin, die das Spiel wieder so aussehen lässt. Wie bei der E3 2018. Und sonst nicht gross an der Mods. und zwar in der Nähe der Insel. Danke. Eiss Beel. When you found me. Congratulations. Was it worth it? On a scale of one to six? I'd say I'm sitting at a strong six. I guess we both know what's going to happen next. Delamene misses you. I'm here to shut you down. Your specimen has been processed, and we are now ready to begin the test proper. Really appreciate it if you didn't make this difficult. I have a surprise waiting for you after this next test. Telling you would spoil the surprise, so I'll just give you a hint. You got a smoker? I'm going to kill you, and all the cake is gone. I honestly, truly, didn't think you'd fall for that. Okay, that's enough. Down with the prison of steel and leather! You chose this path. Now I have a surprise for you. Deploying surprise in 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Bullshit. Yeah, finally. The cartons kill machine. Call us at liberty! Call us at liberty! Call us at liberty. Yeah, very nice, Delmain, very nice. Look deep into your newly blackened ones. Komm schon, muss das sein. Die Waffe ist shit. Du bist ein Hörbarer Person. Ich bin ehrlich, das ist das, was es sagt. Ein Hörbarer Person. Wir waren nicht sogar testen für das. Going back to Delamain, wirklich so scary. Du musst das rausnehmen. Ich habe dich überhört, weil ich mich über deine Behaviung war. Du hast du das, das Teil meines Erachtens. A bitter, unlikable loner, whose passing shall not be mourned. You know, this psych eval might have felt more credible if you hadn't just tried to flatline me earlier. What's your point anyway? Survival? You're still shuffling around a little. But believe me, you're dead. How do you... The talking is over. I'm going back. Wie? I've made contact with the missing vehicle. Definitely the oddest of the bunch. Yes, particularly impertinent that one. A share of your fee is being processed. Woher zum Teufel weiss, Del? Zumindest dieser Del? Also, dass wir tot sind. Oder auf dem Weg zum Tod sind. Weird. Weird. Okay, da hinten gibt's zwar was, aber wir gehen gleich weiter zum nächsten. Ich speichere mal kurz. Und das ist schon mal eine geile Erneuerung, dass man das Radio während der Fahrt oder im Spiel leiser schaffen kann. Ziemlich cool. Und das macht das Ganze um einiges einfacher. Da man vielleicht ja nicht immer mit mega lautem Radar durch die Gegend fahren möchte. Wo es doch noch ein bisschen lauter sein darf. Und das kann ich noch tausendmal sagen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir müssen später, nach der Mission, unbedingt mal unsere SMS checken. Die glaube ich ziemlich viele haben. Fünf Stück. Beep beep motherfucker! Hey! Let's talk! I'm not going back! Never! Try to take me and I'll crush you! Let's see who crushes who! Beschädige Dynamo ins Auto und es zu deaktivieren. Ne, ne, jetzt nicht noch die Polizei! Stay like any other. Roger, Dispatch. Das eigentlich, das stört zu lemen. Wo ist das sein? Komm schon! Nicht die Polizei jetzt. Ich muss da kurz... Wir suchen die abzuhängen. Code 0. I repeat code 0 in this area. All units resume normal duties. Yodel! Ouch! Must be in Kals! Shit, 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 shit. How fortunate. I've relinked to the vehicle. Thank you. Naja, ob du das noch retten kannst? Keine Ahnung. Oh, fuck your ass! Was für Chaos das war. Und man merkt vielleicht, dass ich noch eine Motrin habe, die den Verkehr ein bisschen erhöht. Ich weiss nicht, ob ich das gut finde oder eher schlecht. Weil es ja ziemlich nervig ist, hier durchzukommen. Und wie es denn in Missionen aussieht, weiss ich auch nicht. Da müsste ich das noch ein bisschen genauer anschauen. Mal schauen, vielleicht nehme ich die Mod auch wieder raus. Vor allem, weil es ja auch... FPS kostet. Denn umso mehr Fahrzeuge da sind, desto weniger FPS hat man. Aber mal schauen. Ne, noch eine weiter. Sorry, wo ist da durch? So, diesmal mache ich nicht den Fehler, hier runterzufahren. Denn das Navi würde uns hier runter schicken. Und wiederhole, dass es absolut keinen Sinn mehr gibt. Fuck. Unser Auto sieht auch ziemlich schlecht aus. Ich hätte da runter gemusst. So, noch ein Kilometer. Sind die gleich da, oder? Wollen die Polizei? So, da sind wir im Gebiet. Oh ne, das war das. Das habe ich bei den letzten zwei Missionen ziemlich lange gesucht. Ich weiss, dass er irgendwo in der Gegend rumfährt. Ich muss sagen, mir fällt gerade auf, dass es auch da ziemlich nice anhört. Was sich anhört. Das ist mir vorher irgendwie gar nicht so aufgefallen. Das ist mir vorher, dass er so aufhörbar ist. Knutchen. Das ist der Mann. Das ist der Mann. Nein. Okay, Clarice, die Flamingos sind ein Problem, ich bin sicher, aber wir müssen nach Hause gehen. Delamaine is asking for you. Back down now as they stand screaming. No, impossible. Leave it to me. I'll silence up. Sir, I'm slaughter. Very well, Judgement day has come. Swift, severe, deeper. Zerstörte Flamingos haben wir schon mal ausversehen gemacht. Sehr gut. Well, Clarice, have the Flamingos stopped screaming? Perhaps I ought to return after all. I need support. Only one with chaos within can give birth to a dancing star. Clarice? Shut down. Okay, da haben wir den nächsten. I've just re-established contact with the missing vehicle. Splendid work feed. First class. I shall forward a share of your fee. Sehr gut. Das war Nummer 4. Drei haben wir noch. Ich würde sagen, die anderen drei machen wir in der nächsten Folge. Okay. V? The information from Okada-san. Very valuable. I also learned something through my own efforts. We must meet. Where will it be this time? Trash processing plant? Deserted in-card station? In the south of Japan town, there is a street market. It is on a footbridge above the main street. Use the elevators. It is easy to get lost. I am on my way there. Do not make me wait. Okay, Map 10 Palant. Begib dich zur Kapelle. Das war nicht die Mission, die jetzt Takemura gerade gesprochen hat, aber egal. Down on the street. Ich sag immer diese Mission jetzt gerade abgeschlossen werden, alle. Neue Mission Gimme Danger. Irgendwas stimmt da nicht ganz. Gimme Danger ist die Mission, die jetzt Takemura gesagt hat. Epistrophe sind wir dran. Haben wir das nicht auch schon gemacht? Haben wir das nicht auch schon gemacht? Meine innerliche Zeitlinie ist völlig durcheinander, weil ich jetzt nicht mehr weiss, welche Mission ich da gemacht habe. Und ich jetzt eben nochmals machen muss. Aber gut. Wie gesagt, wir treffen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier bei Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich bin hier. Ich bin da. In 2077, sie haben meine Stadt, die schlechte Gestein in Amerika gefangen. Die Hauptprobleme sind die Höchste von der Strafe der Strafe der Strafe der Strafe der Strafe. Und mehr Menschen leben unter der Strafe der Strafe der Strafe der Strafe der Strafe. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Samurai We have a city to burn Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020